Es gibt eine ganz wichtige Sache, die kommt heute leider oft zu kurz. Das ist der Respekt. Ich habe Respekt vor euch, ihr habt Respekt vor mir. Und auch untereinander habt ihr Respekt voreinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Also, zeigt euren Mitschülern Respekt. Auch wenn sie vielleicht mal Dinge machen, die euch nicht so passen oder nicht so gefallen. Das ist ganz wichtig. Dazu gibt's ein Lied. Wenn ich in die Schule gehe, vorne an der Tafel stehe, hab von Mathe keinen Plan. Wie fängt das Gedicht gleich an? Alle anderen lachen laut. Ich krieg eine Gänsehaut. Was ist das denn für ein Mist? Wisst ihr nicht, wie schwer das ist? Respekt, Respekt. Das ist, was ich haben will. Respekt, Respekt. Bitte seid so nett. Respekt, Respekt. Das ist, was ich zeigen will. Respekt, Respekt. Dann fühl ich mich perfekt. Und dazu gibt's auch noch eine zweite Strophe. Vielen Dank. Vielen Dank.